Brandheiße News, Starship laut SpaceX startklar und die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA schließt ihre Untersuchungen zum ersten, allerdings missglückten Startversuch der gesamten Starship-Rakete am 20. April ab. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute. Herzlich willkommen zu Senkrecht Starte, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Was für eine Woche in der Starbase. SpaceX hat die Vorbereitung für den zweiten Testflug seiner Starship-Rakete abgeschlossen. Zumindest hat das Elon Musk auf X bekannt gegeben, nachdem auch die Starship 25 Oberstufe erfolgreich auf den Super Heavy Booster Nummer 9 gestapelt wurde. Weiter fügte Elon Musk hinzu, das Starship sei startbereit, warte aber noch auf die Genehmigung der amerikanischen Bundesluftfahrtbehörde FAA. Für alle amerikanischen Raketenstaats erteilt die ja die Erlaubnis und ist auch zuständig für die Untersuchung von Zwischenfällen und Unglücken, die die Luftfahrt betreffen. Ja, und Raumfahrt ist ja bis zu einem gewissen Punkt ja auch Luftfahrt. Doch wird es mich ja nicht wundern, wenn es demnächst in den USA eine eigene Behörde für Raketenstarts geben wird, weil es so viele Starts ja einfach gibt. Wie auch immer, der Tweet von Elon Musk war flankiert von mehreren tollen Bildern und Videos, die das Zusammensetzen, das sogenannte Stacking gezeigt haben. Wir wissen es nicht auf den Meter genau, aber durch den neuen Hot-Staging-Ring ist die Rakete auf den Fotos vermutlich mit 121 Metern die größte jemals gebaute Rakete. Und wenn sie mit mehr Triebwerken als beim letzten Mal am 20. April startet, mit bis zu 7600 Tonnen Startschub auch die schubstärkste Rakete. Ja, ganz cool, neben den tollen Luftaufnahmen, die wir von den Teams vor Ort bekommen, wie RGV oder neuerdings auch von meinem Kumpel Felix von Whataboutit, hat die Woche die Firma Maxar ein Satellitenbild der Startanlagen gemacht. Auf dem Bild sieht die Rakete aus, als warte sie nur auf einen Start. Bevor es soweit kommt, muss natürlich erst die Regulatorik mitspielen. Das weiß auch Elon Musk und daher sein Kommentar, dass man ja auf die FAA warte. Warten kann man eigentlich nicht sagen, denn entgegen mancher Verschwörungstheorien, ja den Behindern der SpaceX-Arbeiten vermuten, sind die meiner Meinung nach ziemlich fix unterwegs. Ich hatte ja schon darüber berichtet, dass vor einer erneuten Starterlaubnis erst einmal der Abschlussbericht zum letzten Start akzeptiert und dann von der FAA freigegeben werden muss. Zusätzlich, dass sie hier vermutlich Änderungen vorgeben, was zu tun ist, damit es beim nächsten Mal besser läuft und keine Gefahr für die Allgemeinheit von so einem Start ausgeht. Ja und der Untersuchungsbericht zum letzten vollintegrierten Flugtest am 20. April, der wurde von SpaceX vor noch nicht einmal einem Monat am 15. August abgegeben. Und dessen Prüfung hat die FAA diese Woche am Freitag, den 8. September abgeschlossen. Also da kenne ich ja ein paar Behörden, die langsamer arbeiten. Ja und wir dürfen nicht vergessen, die FAA, die steht da ja unter einem enormen öffentlichen Druck. Klar, SpaceX ist dran, wenn bei so einem Start viel schief geht, aber mit Sicherheit würde man auch fragen und schauen, wer das Ganze denn genehmigt hat. Den Untersuchungsbericht, den konnte ich noch nicht einsehen. Ich gehe davon aus, dass der in Teilen noch veröffentlicht wird. Für euch hier die Übersetzung des FAA-Statements. Die FAA hat die Untersuchung des Unglücks von SpaceX Starship Super Heavy abgeschlossen. Der Abschlussbericht nennt mehrere Ursachen für das Unglück vom 20. April 2023 und 63 Abhilfemaßnahmen, die SpaceX ergreifen muss, um eine Wiederholung des Unfalls zu verhindern. Zu den Korrekturmaßnahmen gehören die Umgestaltung der Flugzeughardware zur Verhinderung von Lecks und Bränden, die Umgestaltung der Startrampe zur Erhöhung ihrer Robustheit, das Einbeziehen zusätzlicher Überprüfungen in den Konstruktionsprozess, zusätzliche Analysen und Tests sicherheitskritischer Systeme und Komponenten, einschließlich des autonomen Flugsicherheitssystems, sowie die Anwendung zusätzlicher Änderungskontrollverfahren. Der Abschluss der Untersuchung des Unfalls bedeutet nicht, dass die Starship-Starts in Boca Chica sofort wieder aufgenommen werden können. SpaceX muss alle Abhilfmaßnahmen durchführen, die sich auf die öffentliche Sicherheit auswirken und vor dem nächsten Starship-Start eine Lizenzänderung bei der FAA beantragen und erhalten, die alle Sicherheits- und Umwelt- und sonstigen anwendbaren gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Am Ende also klar der Hinweis auf die Dinge, die laut FAA verbessert werden müssen. Sie sind erst einmal zu korrigieren, was dann ja auch geprüft werden muss. Ja, und erst dann, wenn alle Anforderungen erfüllt sind, kann die FAA den Prozess zum Erteilen dieser Startlizenz überhaupt erst beginnen. SpaceX hat direkt nach dem FAA-Statement seine Webseite aktualisiert und dort findet sich jetzt unter Updates folgender Text. Der erste vollintegrierte Flugtest von Starship und Super Heavy war ein entscheidender Schritt, um die Fähigkeiten der stärksten je entwickelten Startsystems weiter voranzubringen. Der erste Flugtest von Starship hat zahlreiche Erkenntnisse gebracht, die direkt zu verschiedenen Verbesserungen beigetragen haben, sowohl am Raumfahrzeug als auch an der Bodenstruktur, um die Erfolgswahrscheinlichkeiten künftiger Starship-Flüge zu erhöhen. Diese Herangehensweise der schnellen, iterativen Entwicklungen war und ist die Grundlage für alle größeren, neuartigen Fortschritte von SpaceX, einschließlich Falcon, Dragon und Starlink. SpaceX hat die Untersuchungsleistungen nach dem Flug unter der Aufsicht der FAA unter Mitwirkung von NASA und dem National Transportation and Safety Board, Nationaler Transport- und Sicherheitsrat würde ich mal auf Deutsch frei übersetzen, erbracht. Starship und Super Heavy hoben am 20. April 2023 um 8.33 Uhr CT, das ist 15.33 MSZ bei uns, zum ersten Mal erfolgreich von der Startrampe der Starbase in Texas ab. Starship stieg auf eine maximale Höhe von etwa 39 Kilometer über dem Golf von Mexiko. Während des Aufstiegs kam es zu Bränden aufgrund von auslaufendem Treibstoff im hinteren Teil des Starship Super Heavy Boosters, die schließlich die Verbindung zum primären Flugcomputer des Raumschiffs unterbrachen. Dies führte zum Verlust der Kommunikation mit den meisten Booster-Triebwerken und schließlich zum Verlust der Kontrolle über die Rakete. SpaceX hat seither Maßnahmen zur Verwinderung von Leckagen ergriffen und die Tests an den Triebwerken und der Booster-Hardware verbessert. Als zusätzliche Abhilfsmaßnahmen hat SpaceX das bereits vorhandene Feuerunterdrückungssystem der Super Heavy Boosters erheblich erweitert, um zukünftige Brände in Triebwerksschacht zu verhindern. Das autonome Flugsicherheitssystem, englische Autonomous Flight Safety System AFSS, gab automatisch einen Zerstörungsbefehl aus, der alle Zünder wie erwartet zündete, nachdem das Flugzeug von der erwarteten Flugbahnabweg an Höhe verlor und zu taumeln begann. Nach einer unerwartet langen Verzögerung nach der IFS-Aktivierung brach Starship schließlich 237,474 Sekunden nach der Zündung der Triebwerke auseinander. SpaceX hat das AFSS verbessert und requalifiziert, um die Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen. Also SpaceX spricht ja anscheinend immer von AFSS und nicht mehr vom FTS, also dem Flight Termination System. Und ein wichtiger Hinweis, dass es anscheinend requalifiziert wurde, wahrscheinlich mit den entsprechenden Behörden. Es geht weiter im Zitat, SpaceX hat auch eine ganze Reihe von Systemverbesserungen installiert, die nicht in Zusammenhang mit Beobachtungen während des ersten Flugtests stehen. So hat SpaceX zum Beispiel ein heißes Stufentrennungssystem, Hot Staging Separation, installiert und getestet, bei dem die Motoren der zweiten Stufe zünden und das Starship vom Booster wegdrücken. Zusätzlich hat SpaceX ein neues elektronisches Schubvektorkontrollsystem, TFC oder Thrust Vector Control, für Super Heavy Raptor Motoren entwickelt. Da es vollelektrische Motoren verwendet, hat das neue System weniger Schwachpunkte und ist deutlich effizienter als traditionelle hydraulische Systeme. SpaceX hat außerdem das System des Starttischs und der Startrampe erheblich aufgerüstet, um ein erneutes Versagen des Fundaments der Startrampe zu verhindern, das während des ersten Flugtests beobachtet wurde. Zu diesen Upgrades gehören erhebliche Verstärkungen des Rampenfundaments und der Einbau eines Flammenabweisers, den SpaceX bereits mehrfach erfolgreich getestet hat. Das Testen von Entwicklungshardware in einer Flugumgebung ermöglicht es unseren Teams, schnell zu lernen und Designänderungen und Hardware-Upgrades durchzuführen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit in der Zukunft zu erhöhen. Wir haben während des ersten Flugtests von Starship enorm viel über das Fahrzeug und die Bodensysteme gelernt. Rekursive Verbesserungen sind von entscheidender Bedeutung, da wir daran arbeiten, ein vollständig wiederverwendbares Trägersystem zu bauen, das in der Lage ist, Satelliten, Nutzlasten, Besatzung und Fracht zu einer Vielzahl von Umlaufbahnen und Landeplätzen auf der Erde, dem Mond oder dem Mars zu befördern. Klar, der Schluss ziemlich pathetisch, aber muss SpaceX zugutehalten mit diesen riesen Zielen und der Geschwindigkeit und der Wir-packen-es-Mentalität, mit der sie verfolgt werden, hat SpaceX Millionen von Menschen für Raumfahrt begeistert. Also haben die, was PR angeht, schon irgendwie was richtig gemacht. Und das kann ich auch sagen, ohne SpaceX, da wird es Senkrechtstarter nicht geben. Denn erst durch die landenden Raketen von SpaceX wurde ich überhaupt wieder für Raumfahrt begeistert. Und jetzt gibt es Senkrechtstarter. Genug gesabbelt. Wie geht es denn nun weiter? Ja, also SpaceX scheint grundsätzlich ja für einen neuen Start bereit zu sein. Oder zumindest kommunizieren sie das so. Sie sollte mal nicht vergessen, dass SpaceX ja schließlich auch Investoren hat, die das Gefühl brauchen, ja, es geht voran und in die richtige Richtung. Vor allem dann, wenn SpaceX befürchtet, von der Regulatorik vielleicht erstmal ausgebremst zu werden. Da will man schon mal den Anschein erwecken, dass man eigentlich nur noch den Knopf drücken muss. Das geht natürlich nur bei einem Privatunternehmen. Die NASA oder ein Aktienunternehmen haben da viel strengere Auflagen. Ja, und auch die anderen Unternehmungen von Elon Musk stehen ja in einem Zusammenhang mit Starship. Und sei es nur, weil es die Fantasie von Spekulanten beeinflusst. Googelt vielleicht einfach mal den Aktienkurs von Tesla und schaut euch dort die Kursbewegung nach großen Ereignissen wie dem Start am 20. April an. Nun gut, das nur dazu, was SpaceX und vor allem Elon Musk kommuniziert und was vielleicht hinter den Kulissen passiert. Es wird aktuell viel darüber spekuliert, ob es einen finalen letzten Test vor einem Startversuch gibt, der am Start ähnelt bis auf das Auslassen der Zündung. Das Stichwort ist Wetress Rehearsal, zu deutsch so grob die feuchte Generalprobe, auch wenn das irgendwie falsch klingt. Egal. Tatsache ist, dass SpaceX mit seinem hardwarereichen Entwicklungsansatz aktuell mehr Hardware als Fluggenehmigungen hat. Und da man aus Fehlern am meisten lernt, hat SpaceX auch ein gewisses Interesse daran, dass bei diesem Test maximal viel schief geht. Daher aus meiner Sicht nicht unwahrscheinlich, dass SpaceX direkt einen Flugversuch startet und den Test nur in einen Wetress Rehearsal umwandelt, wenn irgendwas nicht richtig läuft oder es ein Problem gibt. Trotzdem kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass man on the go, am Starttag, so viel aus den Daten lernt, die man mitunter zum ersten Mal ja sieht, um dann direkt zu starten. Für mich wäre es absolut logisch, wenn man in jedem Fall erst eine Wetress Rehearsal macht, bevor man startet. Eben schon gesagt, SpaceX hat ein ganz gutes PR-Gespür. Ja, dann weiß man vielleicht auch, dass bei einer angekündigten Wetress Rehearsal vielleicht dann nicht ganz so viele Menschen zuschauen wie bei einem angekündigten Start. Immerhin der größten und leistungsstärksten Rakete. Nicht zuletzt, die Bodenteams arbeiten bestimmt auch anders, wenn Millionen Menschen zusehen und alle von einem Start reden, als bloß von einem sehr wichtigen Test. Das kann man also bei so einer angekündigten Start-Test-Rehearsal auch ganz gut testen. Was meinst du? Wird es ein Wetress Rehearsal vor einem Start geben? Schreib mir und den anderen doch gerne unter dem Video. Ihr habt es schon gemerkt, das sind keine regulären News, sondern ein brandaktuelles Starship-Update. Ja, jetzt wo es wieder heiß wird, werde ich das wieder so machen wie vor dem Start am 20. April. Es gibt immer ein Starship-News-Update, wenn was Spannendes passiert ist oder bevorsteht und dann im Zweifelsfall dieses Update am Ende der regulären News am Sonntag ab 8 Uhr morgens, falls es knapp wird. Für ungeduldige folgender Hinweis, alle meine Videos gibt es für die Schutzengel vorab und ohne Werbung. Ein Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft, den findet ihr unter dem Video. Ja, Senkreis-Staater existiert dank der Schutzengel, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Da auch hier wieder ein fettes, fettes, riesen, riesen Dankeschön an euch, ihr habt wirklich aktiv mit den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Vielen, vielen Dank. Hashtag Team Space. Ich hoffe, dir hat mein Starship-Update gefallen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.